So, da würd ich was sagen. Nein, eigentlich nicht. Wir haben gesagt, Forced Vanilla und DLCs sind eigentlich kein Vanilla. Ja, 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 das stimmt. Gebe ich euch recht. Wobei die hängenden Maps eigentlich auch kein Vanilla sind, weil das sind alles von Moonshine. Ist das so? Soweit ich weiß, ja. Ist mir egal. Die sind, also ganz ehrlich, ich kenn die nur als Standard. Hi-Sees ist natürlich sehr speziell mit den Schiffen und Wasser und alles, das ist Kacke. Deswegen werden die wahrscheinlich auch nirgendwo gespielt. So, was denkt ihr? Werden wir noch mehr geniale Taktiken sehen? Ich weiß gar nicht, was gibt's denn noch alles? Der Concentrator hat mich letztens links in die Ecke geschmissen. Jetzt seh ich einen Accelerator. Das ist ja so schön wie nichts anderes. Gibt's noch mehr? Also einfach wild. Wenn den Snow Leopard der obere runterfällt, stirbt der untere auch. Moo Gaming. A, ich grüße dich. B, ist das so? C, ist halt so. Mercer Concentrator. Mercer Concentrator. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder Chanty Mill. Aber es ist ja Concentrator, ne? Also, Accelerator haben wir jetzt gehört, kann man auf verschiedene Arten machen. Mit Canon, eigentlich mit alles, was Geschosse hat. Du kannst, äh, einen Concentrator machen. Aber, gibt's noch irgendwas, äh, Höheres? Da höher gelegen, ne? Guck mal, die machen einen Stress, denn die wollen unbedingt besser Pfeif spielen und stressen! C. Ähm, Team, ich hab vergessen, wer, äh, gerade hatte, deswegen würd ich jetzt noch sagen, Stream, Sniper, äh, Wunderband. Ich, ich mach jetzt, ist ja egal, wer weh, wann, die Sache ist doch egal! Igral wird eh gebannt. Ich denk auch. Ah, Keytank ist okay. Und, äh, WTK wird's wahrscheinlich, äh, äh, ich kann nicht tippen, WTK. Oh mein Gott. Camonder. Camonder. Ja, Camonder, Alter. Camonder, Mann! Techshare ist auch sehr geil. Techshare hab ich tatsächlich schon gesehen, ist auch eine mega geile Sache. Ich glaub, die würd ich gerne mal mit einem von euch üben. Igelei. Okay, Igelei ist raus. Äh, Architekt ist raus. Und natürlich unser Haus-Commander, der gute Spion, ist raus. Das heißt, wir tauschen jetzt noch die Teams, damit die Jungs natürlich auf einer anderen Seite spielen. Und dann sind wir auch schon ready, würd ich mal sagen, nicht wahr? Hab ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Ready? Fragezeichen. Dann kommen wir auch schon, warte mal, ich werd mal ganz kurz nochmal für alle, die vielleicht nebenbei nochmal gucken wollen, da nochmal ganz kurz die, den Turnierbaum gepostet, würd ich mal sagen. Good luck. Have fuck, Leute. Ist immer gut für die YouTube-Videos, good luck, have fuck, zu sagen. Müsste man wahrscheinlich auspiepen, ist mir egal. YouTube, du gibst mir eh keinen YouTube-Partner, von daher, let's go. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen influencen, wer hier demnächst Werbung für seine Gruppe machen will, der muss einen Fünfer, weißt du, oder eine Fünfer-Donation da lassen. Dann kommen die hier ins Discord und machen einfach Werbung die ganze Zeit. Fünfer für fünf Minuten Werbefläche. Okay. So. Wir gucken mal. Was haben wir denn? Wir haben auf der linken Seite auf jeden Fall Way2Knecht und auf der rechten Seite die Streamsniper. Ähm. Jetzt muss erstmal gucken. Unten spielt Bowser, oben spielt Domi bei Way2Knecht und bei Streamsniper spielt Alesio oben und unten Patriot. Ist das so? Ja, okay. Ich glaube, Alesio, der ist eher der sichere Bauer, der festbaut und Patriot will wahrscheinlich eventuell gleich wieder nerven. Das heißt, es macht mehr Sinn, dass Patriot unten spielt. Oben. Oh. Paul Gandalf. Was ist denn da los? Oben die Base. Ist schon bei ner hängenden Karte, wenn man runterfällt, den anderen zu töten, sehr risky, oder? Ja. Davon kann ich keine Geschichten erzählen. Davon hab ich noch nie was erlebt. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Nee, Moment. Moment. Ich hab das irgendwie so ne dunkle Erinnerung. Leute, ihr kriegt mal ganz kurz nen Bossmonster. Äh. Ich muss mit Gandalf reden. Nein. Aber was sehen wir da? Patriot ohne Sniper. Ja, ich glaub, die wollen auf Sicherheit gehen. Mehr oder weniger. Ja, und die wollen auf Newcrash. Aber was sehen wir denn da für... Warte mal, haben... Oh, wir sehen da ein Sieb. Wir sehen da ein Sieb. Ja, ne? Ja, ja. Wir haben da ein Sieb. Eigentlich ist das verwunderlich, dass der Patriot wirklich gesnipet. Ja, eigentlich muss da der Sniper... Und da, wo der Sniper eigentlich sitzt, hat er seine Tag gebaut. Kann das sein, dass Patriot auf hängenden Kappen nicht weiß, wie er man baut? Richtig rum. Kann das sein? Hat Patriot einfach jetzt sein Bruder spielen lassen? Das ist eine Frage. Ich glaube, die wollen unten auf diesen Abschnitt die Nukes machen, oder? Dass die voll Mine haben. Ich glaube, Patriot lässt gerade sein Bruder Toritab spielen. Weil der macht nämlich alles andersrum, versteht ihr? Moment, ich muss den wieder bringen. Also ich bin der Schöne. Ich wollte kurz verhalten, eine kleine Durchsage, Serras, ab jetzt raus. Ich gehe. Tschüss. Wir machen das von rein. Achso, und mein Stuhl moderiert auch mit. Ach, stimmt ja. Och, Mann. Gott, ey. Das... Das war zu viel für mich, ey. Also ich gehe mal zuerst mal echt mal übergeben, ja? Also, oh, Alter. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Der Toritab ist doch voll der geile Name, Alter. Klingt wie so ein Indianer, Alter. Das Coaching ist genau perfekt, Alter. Was, Coaching? Was, 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 was? Ja. Was? In dem Emo. Set Emo. Set Mode. Hahahaha. 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 Hm. Ah, schön. Guck mal hier, Ko-Chick will auch keine Ernsthaftigkeit, so, ähm, aber jetzt mal ernst, ne, ähm, auf jeden Fall, bei den Streamsnibern, ah, Disrespect, alle gehen raus, äh, bei den Streamsnibern oben auf jeden Fall wesentlich sicherer gebaut, mit Stability und auf der rechten Seite bei Way2Knack zwar Stability drinnen, aber ich, ich finde, okay, gut, jetzt wird auf jeden Fall, auf jeden Fall, der wird zugebrochen, aber ich finde immer noch einfach wegzureißen, aber, ich glaube, die linke Seite, ähm, merkt, kommt nicht mit, dass die, ähm, Noobs und Rockets gehen, weil, ist einfach so, perfekt, die linke Seite bekommt das nicht mit, die, die rechte Seite bekommt das nicht mit, ne, die linke Seite, ach ja, klar, ja, ja, hä, 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 Alles verkehrt rum, ey, du hast recht, ja, aber ganz ehrlich, ich bin aber auch schon wieder seit, wie steht's denn, seit 8 Stunden live, Bruder, ich bin halt durch, ne, so, oh, da kommt Lukes, da, äh, da kommt zuerst die Swarm, ich wollte gerade sagen, Luke Swarm. Alter, überleg, und dann ist halt alles Noobs, alter. Das wär böse. Gibt's da ne Mod für? Kreishege, äh, woher kenn ich das noch? Die Kreishege wird abgelöst. Ja, ja, wer hat den Baumständer gemacht? Wer hat den Baumständer gemacht? Alle Angriffe nennen wir jetzt nur noch nach den Spielern. Hat der jetzt schon reingeguckt? Äh, ach nee, Quatsch, VOD wird ja noch gar nicht angezeigt, ne? Muss ich ja wieder manuell freigeben, das ist so dumm. Was wird denn da gebaut? Kann es sein, dass sich da ein bisschen missbildet wird, da unten? Der gute, der gute, äh, Toyota Tab? Er baut irgendwie falsch. Ja, aber das sieht aus wie ein Schiff. Was macht er da? Denkt er gerade, wir spielen High Seas und baut deswegen ein Schiff? Achso, hab ich das noch nicht erwähnt. Äh, hier kommt nach, äh, 10 Minuten, kommt, äh, kommt das Wasser nach oben und geht bis zur Hälfte. Da war der erste Kennschuss. Ist halt krass, ne? Dass du erst nach 6 Minuten so die erste Action siehst. Klar, die Buzzer gerade, die kamen, also der Baumständer, der nach oben geschossen wurde, der hat halt kein Damage gemacht. Was haben wir denn da unten? Das wird ne Schottie für Howies. Da wird 6 Krane gebaut. Das wird ne Schottie für Howies. Das hier unten? Seh ich nicht. Seh ich nicht. Oh mein Gott, aber hier... Ne, hä? Oh. Die Schottie, die da gleich in die Ganna reinschießt. Ach, ne Schottie für Howies. Jetzt bin ich bei dir. Aber unten hat er... Oh, da kommt Luke, da... Oh, die macht einfach durch. Und das war ich. Oh mein Gott. Was sind da, Papier? Das muss man halt auch noch erwähnen. Bei dem Commander Sieb fliegen die Raketen schneller. Sie ist einfach Schlitzenpieper. Und da ist einfach vorbei. Einfach vorbei. Es ist aufgekehrt. Sie bestimmt schau mal auf Tobi. Nicht aufgekehrt. Sie haben die Spezialität von Sieb genutzt. Die... Alter, ich hab so ne mexikanische Rennmaus noch nie so schnell fliegen sehen. Das war ihr Bild. Das war ihr Bild. Aber Tobi hat einfach die Kanz lange zu weit hinten gebaut. Die kamen keinen Blickfeld auf die Kanzi. Oh Gott, ey. Was war denn da los? Was hat Moogaming geschrieben gehabt? Wenn die obere Base abgerissen wird, stirbt der untere. Die obere Base steht übrigens noch. Ja, aber die Kanzi ist runtergefallen. Guck mal, der Save von den Kanzi ist, Alter. Also ich... Nur noch 34%? Ich Atomisch-Zellen würde einfach nur noch versuchen, die Schocken-Zellen trotzen. Ah. Ah. Dieser Cannon-Save da unten. Aber die bringen halt gar nichts mehr. Er hat... Er ist halt out of... Out of Action, ne? Selbst ein Schuss bringt gerade gar nichts. Es gibt nichts, was man mit einem Schuss rausnehmen kann. Mehr Energie hat er auch, nicht? Ich sehe es schon kommen. Wir sehen, dass es im Finale geht bis zu fünf Matches. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich glaube auch. Also beide Teams nehmen sich hier nicht viel gerade. Sie hauen die Nukes um die Ohren wie noch was, Alter. Ich will das im Replay sehen. Ich will das im Replay sehen. Als Finale dann Stormy Boats. Ich will ja nicht, dass die Finalisten hier erbrechen. Also das ist so eine Hot-Smap. Hat das Asuka mal ein bisschen reduziert? Sicherlich nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist zu viel, John. Das ist zu viel. Also kann nicht sein, dass sie die erste Base direkt dreht. Okay, war wahrscheinlich wegen Vorzwahl, aber trotzdem. Kleine Howie-Defense weggemacht. Dann wird hier wieder hochgezogen. Sechs Streben lang. Haben wir heute auch schon gesehen. Howie-Defense aufgebaut mit fünf Streben. Kam trotzdem durch und hat portalen Schaden angerichtet. Immer dran denken, sechs Streben zu bauen. Nein. Ja, Bergliebe. Oder hier eher Gaumenliebe. Denkt mal drüber nach. Ich, ich, nein. Warum? Das ist von dem Löwen der Gaumen. Das Zäpfchen hier hinten. Was für Löwe. Wieso? Das sind Löwen. Hä, die Map heißt Snow Lion. Nein, Leopard. Heißt die Leopard? Ja, Leopard. Das sind halt Leopard. Das ist ja egal. Das ist selbe Gattung. Alles Katzen. Nein, Katzen. Alles Katzen. Alles Felidal. Ich kenn mich aus. Ich bin der Zung. Alter, man muss den beiden Turm von den Kennzl und einmal gegen Fließbefeld haben. Ja, einfach eine Buzzer. Die ist useless. Vor allem, die probieren da alles rauszunehmen. Eine Buzzer oben rein und der kann alles noch nicht mehr nutzen. Ja, die machen es halt spannend, ne? Übrigens noch zehn Minuten zu spielen. Wir haben gerade mal die Hälfte weg. Ich finde so geil, wie sich niemand mehr auf oben konzentriert. Obwohl oben gefühlt komplett offen ist. Ja, ein Cannon schon von unten, ne? Ja. Also egal, was von unten. Buzzer wird, glaube ich, auch reich gelangt worden. Ja, die macht dann zu wenig Code-Damage. Aber gut, das stehen ja zwei Buzzer. A, dreimal da hinschießen, klar. Ja. Aber jetzt kommen die Nukes wahrscheinlich. Die gehen halt wieder nicht um. Hä? Mach es spannend. Die reißen den Arm raus. Lebendig. Okay. Ja, da wird Domi einfach, glaube ich, gerade... Ich glaube, die besprechen sich im Discord und sagen, lass den einfach langsam zerstören. Ja, kein Grade. Große, böse, mietze, Katze. Da baut er sich vielleicht ab, oder? Wäre für Nuk-Ping-Pong als Finale. Was? Oh mein Gott, da wurde er abgebaut. Der Chor sauber raus. Oder wir entscheiden das Finale, in dem Paul gegen Zera spielt. Hä? Die suchen sich jeweils einen Repräsentanten aus oder was. Ich banne aber Buster. Ich banne Buster und Paul hat verloren. Ich banne deinen Chor, Zera. Was sagst du jetzt? Das ist mir doch egal. Oh, das ist immer genau richtig gewesen. Und schluss doch... Vor allem... Es war... Er hat einfach nicht rechtzeitig repariert. Das ist weggebrannt, oder? Oh nein, die zwei Sniper-Schüsse haben... Oh mein Gott, er ist die Sahne. Einfach runter in die Energie. Die Energiezelle explodiert und der Chor macht den Abflug. Ganz ehrlich, eigentlich bei hängenden Karten, wo das passieren kann, sofort die Batterie irgendwann im Mid-Game verkaufen und links platzieren. Oder irgendwo. Alter. Aber Buster muss sich jetzt gefallen lassen, weil es war ja schon im Gespräch gerade eben, dass er immer von Domi abgerissen wird. Und jetzt muss er sich einen, ja... Jetzt muss er sich einen anhören, du. Da würde ich mich sofort beschweren. So, damit haben wir das zweite Match für Team Streamsniper entschieden. Also ist jetzt wieder ein ganz klares Unentschieden. Wild. Ich glaube, die waren bestimmt, pass mal auch, die waren vorher die ganze Zeit im Discord und haben sich besprochen, dass die das mit dem Best-of-Five bis in die Länge ziehen. Die wollen das bestimmt im finalen Match einfach... Das ist abgekartetes Spiel. Ich sage es euch, wie es ist. Das wird im Finale entschieden. Im letzten Match. Die machen jetzt ein 2-2 und dann wird... Ja. Sonst hat es keinen Grund, sich so lange da zu verabreden. Ah, schön einfach. Einfach schön. Nochmal der Turnierbaum für die, die es interessiert. Rein. Und dann würde ich mal sagen... Domi möchte... Genau, die sind noch dran, ne? War das ne... Warten wir jetzt. In Coverns ist keine, ne? Balls. Okay, gut. Balls wird gespielt. Äh, Höhen ist auch eine. Wenn ich jetzt nochmal Balls kann, dann spielen wir Balls. Gar kein Problem. Äh, Höhen. So, gut. Balls, please. Ja, haben wir doch. Alles gut. Erster Map-Pick gilt. I like Balls. Also Höhen. Ich frag den Chat. Äh, Leute. Erster Map-Pick. Soll der zählen? Oder soll Balls zählen? Erster. Mach mal Pillars. Hä? Was ist das denn jetzt? Das steht ja gar nicht... Die... Die... Da... Ja, okay. So. Dann wende ich meinen Satz mal wieder nicht. Also, ich würde Höhen interessanter finden. Hatten wir noch nie, ne? Ja, okay, hast recht. Hatten wir noch nie. Weil diesmal können sie sich eigentlich nicht durch ne Kernen töten. Danke, Chat. Weiß ich nicht. Ich, ich lass es dabei. Ja, der, der Chat hat entschieden, genau. So, da sind wir nämlich fein raus. Nur weil wir jetzt, äh, Höhlen sehen wollten, weil es noch nicht gab. Perfekt. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, wer hat von uns die erste... Ist mir jetzt egal. WTF. Commander Bann. Achso, ohne das Seitentauschen. Man darf nicht die Map entscheiden. Ja. Was? POV? Point of view. Achso. So, Igerai wurde gewandt. Weil wir sie gerade jetzt, äh, mit Höhlen entschieden haben. Nein, 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 nein. Das war ihr erster Wunsch. Ey, beim, beim großen Turnier, da müssen die auf den Knopf drücken, ne? Wenn die sich dann auch umentschieden, der Knopf wurde gedrückt. Da zählt definitiv auch der erste Vote. Da muss man sich vorher absprechen. So, dann, äh, Stream Sniper. Commander Bann. Der Kamonda Bann. Kamonda klingt irgendwie geil, oder? Boah, dass das irgendwas cool ist. Ich will irgendwas erstellen mit Kumpel Kamonda. Ja, das klingt so wie ein Käse. Hast du heute schon Kamonda gegessen? Kamonda Bärz. Wir besprechen. Ob es Kamonda Bärz geben soll. Da kommt wieder die, äh, psychologische Kriegsführung. Hä? Perfekt. So, da wird WarTalk. Alles Lärchen. Hä, frech. WarTalk wird, äh, gesperrt. Das schöne Warzenschwein. Dann haben wir Igelei. Und unser guter Spion. Da würde ich was sagen. Gut luck. Have fuck. Es geht los. Ne, Bowser ist noch nicht ready. Ja, brauchen wir ein bisschen länger. Okay, gut. Los geht's. Ein bisschen auf unsere Page-Empfind-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er. Bisschen aggressiv gerade hier die Melodie. Was haben wir denn hier? Erstmal APM beweisen und alles zuklappen. So, auf der rechten Seite jetzt WTK zu sehen. Mit Domi oben und Bowser unten. Und auf der linken Seite Stream Sniper mit Patriot oben und Alessio unten. Die Frage. Was wir uns jetzt alle fragen, ist natürlich, die Frage hat sich schon fast erledigt. Werden wir Sniper sein? Und Alessio hat schon der Sniper gerissen. Genau. Beide übrigens Architekt. Sehr interessant. Ich glaube, die wollen halt jetzt vermeiden, abgerissen zu werden. Deswegen einfach der Architekt-Bild. Wobei, abreißen ist hier ja tatsächlich nicht so schlimm. Kann aber trotzdem. Man weiß ja nie. Wir haben auch schon Howys weit weg fliegen sehen auf andere Basen. Das geht. Da kam der Corswing mit der Howie und der Howie, ja. Da kam der Corswing mit der Howie? Was? War es nicht einfach nur ein Howie-Swing? Ja. Da wurde der wie Golf, weißt du? Der Corswur wurde geswungen. Geswungen? Und der Howie wurde weggeschlagen. Also ich rate mal, dass wir vielleicht eventuell sogar auf... Ah, die Howies sind die Distanz einfach viel zu groß, vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass wir so schnell Howies nicht sehen werden. Aber Alessio hat tatsächlich das Sniper-Duell verloren. Jetzt tatsächlich Bowser mit dem Sniper am Vorteil. Da wird auch keiner nachgeplaced. Die Dür wird gerade zerschossen. Ich bleib bei Dür. Ich glaube fast sogar, dass wir auf jeden Fall mal EMPs sehen werden. Weil wir sehen auf jeden Fall... Das ist eine Möglichkeit. Weil wir sehen auf jeden Fall drei Leute, die die Tag dafür gebaut haben. Den Gegner hier mit EMP zu schwächen, ist natürlich der Way to go tatsächlich. Sagt man so. Ja, ich meine ein paar EMPs oben gegen die Base zum Beispiel. Wenn du noch nicht allzu viel Wurzperl machst, das nimmt hier die Minen raus. Ja. Je nachdem. Ich kenne die Map jetzt leider gar nicht. Es ist vielleicht sogar die Überlegung, ob man komplett auf Rockets geht. Ah, die fliegen zu lang. Das ist eine lange Map. Wenn du nicht gerade siehst, kommen die niemals an. Da reichen wenige Gunner. Wahrscheinlich drei Gunner, um easy Rockets abzuwehren. Ich habe gedacht, man könnte sieben platzieren. Nee, kann man nicht. Ja, die lädt aber auch die Aktive auf. Manchmal gar nicht so gut, wenn man da nicht hinteilen kann. Achso, ja gut. Das stimmt. Das ist ein sehr großer Vorteil für die Aktive. Ich meine gerade bei Architect, im Notfall, rettet dir die auch das Leben. Auf jeden Fall sehen wir jetzt bei Domi, auf jeden Fall die Canon Tag. Und auch bei Bowser. Genau. Anti-Air-Canon Tag. Das haben wir hier oben. Oben geht auch auf Canon. Okay, hier wird komplett auf Canon Tag gegangen. Ja. Mit dem Upgrade-Sender. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wirklich, dass man hier wirklich auf Howie geht, weil die Flugreichweite ist halt wirklich extrem groß. Das heißt, man hat auch Zeit, wenn man auf Pumpgun spielt, also Shotgun, dass man da die Zeit auch genug hat, die Howie wieder rauszunehmen. Ich muss mal irgendjemanden fragen, wie Salzy das gemacht hat mit den zwei, wahrscheinlich wurden zwei Clients abgegriffen. Mit den, mit den Views mit den geteilten Bildschirmen. Ich finde das so geil, wenn du alles sehen willst, dass du einfach, sag mal, hier die View hast, so rangesoomt und hier drüben nochmal die View und dann zusammengeschnitten. Wahrscheinlich mit zwei Clients. Weil, guck mal, wenn wir jetzt alles sehen wollen, ich hänge hier ganz hinten, ich kriege nichts mit, ich sehe, dass irgendwas geplaced wird. Wenn du ran suchst, dann passt da irgendwo wieder irgendwas. Hier oben, oben, oben der Howie, oben rechts, äh, oben links schon. Mit einer kleinen Mini-Tiny-Door und oben rechts genauso. Ja, auch beim üblichen Spot, auch beim üblichen Spot. Alles ziemlich exakt identisch, aber der Core, sehr gefährlich, sehr gefährlich den Core-Geschütz. Ich weiß nicht, was das da sein soll. Da sieht man mal, was für ein Noob ich bin, weil von Bowser kommt genauso wie Howie. Ich hab angekündigt, es kommt keine Howie. Drei von vier Spielern spielen Howie. Ja, auf der Karte ist es halt, Howie zu spielen, eigentlich ziemlich risky, weil ja tatsächlich der einen langen Flugweg hat und der halt auch leicht abgefangen werden kann. So in der Theorie. Aber die Profis werden natürlich jetzt auch zeigen, dass das auch funktionieren kann, dass er ankommt. Man kann natürlich unter anderem mit der EMP die Gun-Alarm legen, dann können die halt auch gar nicht mehr schießen. One way to go. Apropos, das ist der Weg, wir gucken aktuell The Mandalorian, die dritte Staffel, heute erste Folge angefangen. Richtig cool. Aber leider muss man jetzt wieder warten, bis die zweite Folge losgeht. Hashtag no Werbung. Hashtag Werbung. Ich bekrieg dafür Geld. Tausende. Weil Ferrari steht schon draußen vor der Tür. Paul sitzt da auch drin, hat da seinen Laptop von mir gestellt bekommen, moderiert von da aus. Wichtig. Aber seht ihr da? 21 Millimeter. Bei... 21 Millimeter? 21 Millimeter. Achso, ich wollte schon sagen. Nein, ich glaub, das ist auch Canon. Das ist auch Canon. Das war ein Luftloch. Oh, 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 oh. Bergliebe des Todes. Canon, Canon, 20 Millimeter. Ne, hier oben ist Sniper. Canon, Canon. Wo soll denn die 20 sein? Ach ne, ihr habt schon gesagt, das ist noch eine Canon. Ja, wir haben, ja. Ja, okay. Aber da hat man gesehen, der wollte einfach nur ein größeres Loch da machen. Ich glaube. Fade shit. Der hat sich einfach gedacht, ach, das Loch gefällt mir nicht. Was haben wir denn hier so hinten? Da werden jetzt langsam auch noch neue Turbinen geadet. Bis jetzt drei, äh... Ja, drei Stücke. Hat eine mit der abkürtet, die funktionieren in der Zeit nicht. Da kommt der Howie geflogen. Easy halt rausgenommen. Das meine ich gar nicht. Das habe ich gesagt, du Arsch. Was? Dass man genug Zeit hat, mit der shotgun, die rauszunehmen. Das habe ich zuerst gesagt. Ganz am Anfang. Wo du gesagt hast, vielleicht... Weißt du noch in den ersten 10 Sekunden, wo du meintest, vielleicht auf Rockets... Klar, mit dem Howie, das hast du gesagt. Aber dass halt, äh, solche langsamen Projektile halt easy rausgenommen werden können, ist halt auf der Karte... Ja, weiß ich nicht. Aber wir sehen auch, kann auch rankommen. Weil man es halt zehn Jahre vorher hört, doch. Eben. Da reichen ja sogar drei Gunner, wahrscheinlich. Oh, nicht auf die Zeit gemessen. Das sind wirklich zehn Jahre. Genau. Und sechs Minuten... Zehn Jahre und sechs Minuten 44. Ja, okay, gut. Oh, hat er einen rausbekommen? Nee. Nee. Frisch. Da schießen so viele Gunner drauf. Und da ist die Energie tatsächlich auf Nöten gegangen vom Bowser. Der nächste Howie. Oh, oh, da kommt auch noch einer. Bergliebe. Auf jeden Fall gerade WTK, Way2 Knecht. Etwas überlegen würde ich sagen. In der Offensive heißt aber noch lange nichts. Das kann sich direkt ändern. Oh, da wurde irgendwas gedroppt. Oh, da wurde, glaube ich, irgendeine Strebe wieder verkauft. Solange, wie es nicht die Ehre ist, ist alles okay. Da werden jetzt auch schon verbaut oder zwei Gunner platziert. Oh, Angriff gegen die Minen, gegen die Economy von Domi oben auf die Base. Da kommt ein Howie. Der sieht aber sehr nach Bergliebe aus. Was ist denn da passiert? Und die Bergliebe wird da abgewehrt. Da wird die Natur von beiden geschützt. Doch. Vielen Dank, Kommandant Gaming, für den Follow. Aber Sarah streamt. Also, ich habe den Streamt georfen. Also... Wie, hat er gerade gesagt, ich streame nicht? Ja. Sag mal hier. Top Subscriber, weißt du? Und hat keine Ahnung, wie meine Streams funktionieren oder was? Kommandant Gaming. Hat das geschrieben bei mir. Ruhig dich. Was? Ruhig dich. Oh, da kann... Oh, ne Quatsch. Wie kann da eine Hau durch? Verstehe ich. Das ist halt wild. Da wurde eine Daw, glaube ich, repariert. Das Ding ist... Oh, schau nicht. Das Ding ist, die gehen halt so krass auf Verteidigung. Oben links zum Beispiel einfach bloß ein Haui als Angriff und eine Cannon ganz hinten. Das ist halt über die Distanz. Du kriegst halt zu wenig Damage durch. Der Haui kommt sowieso nicht durch. Da sieht man aber auch, was man da machen kann. Auch für einen besseren Winkel. Für die Haui. Ich habe alles jetzt zum Vorlauf für Hintergrundstreben gemacht, damit die... Weil die Haui sowieso die Hintergrundstreben auch... Ja, genau. Aber da kommt die Cannon. Das hat doch schon gebrochen, der Dumme. Ja, da wird jetzt die Defense ein bisschen stärker gebaut, damit die Miniar nicht weggehen. Paul, was hast du eigentlich gerade schönes gegessen? Ja, ich habe mir einfach eine Tüte gemacht. Hä, das ist nicht gesund, Plastik gemacht, ne? Achso. Ja, aber das ist Plastikbau weg, ja. Das ist die Hauptsache. Ja, hier kommt kein Haui mehr durch, bin ich ehrlich. Das Ding ist... Ich frage mich, ob da überhaupt gerade Absprache herrscht bei Way2Knecht. Ganz ehrlich, der Sniper ist da. Warum werden nicht die Gunner? Die sind einfach offen, Bowser sieht die. Die kann man einfach easy rausnehmen und dann muss der Haui fliegen. Er sieht doch, er hat doch den Sniper. Und der kommt halt durch. Warum den Sniper? Scheiß drauf. Da wurde der Sniper mit der Dings rausgenommen, mit der Schrotflinte. Oh mein Gott. Das sage ich jetzt lieber immer nicht laut kommen und dann gehen. Das... Alles gut. Oha, da hat es... Da lieg ich wieder wie der Paule einfach den überschminkt bei mir im Stream. Einfach mal gesponnen. Ist frech, ist frech. Aber finde ich gut. Wer ist ehrlich? Sarah ist verwirrt. Sarah will gerade auch im Stream noch gucken. Oh, da ist die Schrotflinte raus. Verstehe ich nicht. So. Nein. Sorry Leute, jetzt habe ich auszusehen meinen Chat zugemacht. So. Moment. Ich korrigiere, ich korrigiere, ich korrigiere. Und wir sehen wieder das Match. So, okay, gut. Ich glaube, das Match ist jetzt eigentlich schon entschieden. Ich glaube, es ist wirklich wieder toll, dass die Schrotflinte rausnimmt wurde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das vorbricht zusammen. Das war es. Alessio ist raus. Und Patriot hat zu wenig. Aber Bergliebe. Patriot hat zu wenig, um anzugreifen einfach. Ja. Da machst du nichts. Aber wie gesagt, das war schon vorher entschieden durch einen Shot auf die Schotgun oben, auf die Top-Base bei Patriot. Weil die Shotgun konnte halt, wenn wir die Schotgun haben, die haue ich ab. Aber ich glaube, wird replaced. Ne, was ist das? Ja, doch. Aber da kommt halt viel zu spät. Ja, auf jeden Fall. Da kann man nur noch hoffen, dass ja genau fair-aimt wird. Da kommt noch ein Kennenschuss. Schieß auch vorbei. Aua, leider. Mach es. Der zufällige Kettenschuss, der die Haui abfährt. Guck sie an. Guck sie an. Es ist geplaced. Die Flak ist schon mal da. Kommt das Upgrade? Das Ding ist gegen die Cannon, ne? Ist halt One-Shot-Cannon. Oh. Ich glaube, der Haui ist bloß Bait, ne? Für die Sniper. Das kann gut möglich sein. Oh mein Gott. Er hat einen Winkel. Er hatte gerade einen Winkel. und es wurde sofort verhindert. Da war gerade ein Winkel und die Schüsse sind nach oben abgeprallen. Viel zu viel. Da kommt nichts mehr durch. Die Runde ist laufend, es ist vorbei. Ich denke auch. Patriot kannst abbauen. Bitte nur den Korb rausbauen, ja? Sag mal, Gardner, hast du eigentlich schon was gegessen heute? Ich habe heute noch nichts gegessen. Du musst dich stärken eigentlich. Ach, deswegen schreibt King of Toastboot nicht mehr. Man soll doch nicht rausfinden, dass die... Oh, und da ist die Cannon. Hat noch einen Schwank nach hinten gemacht und ist kopfüber nach unten. Sehr gut. Beim Backflip immer drauf achten, dass man Kontakt, Augenkontakt zum Boden hat. Sonst klappt das nicht, Leute. Dann kommen die nächsten Cannons. Hinten wird dann ein Nook gebaut. Da wird ein Nook noch gebaut. Wollen wir schnell eine Wette abschließen? Wer gewinnt, oder was? Ne, ja, wie lange dauert, bis er runterfällt. Oder verliert, der fällt nicht. Eine Minute höchstens noch. Die Nook wird gleich kommen. Zwei Nooks. Okay, ne, er wird wahrscheinlich beide Nooks abwarten. Dann dauert es wahrscheinlich drei Minuten. Bowser sagt, Bowser sagt, warte noch mal. Nein, die haben doch Architekt. Guck mal hier, zack, fertig. Zack, fertig. Keine drei Minuten. Ja, aber Patriot hat keine, man mit halb, keine Ressourcen. Ja, hat gar nichts. Da kommen jetzt die Nooks reingeflogen. Pass auf. Einerseits das, andererseits ist er halt auch fast über den Nooks, ne? Jetzt kommen die Upgrades. Aber er hat die Haui noch abgelaufen. Ach so. Also, ich habe einen Vorschlag von meinem Chat. 2,454545 Minuten. Codechecker hast du mal schön Geld gewastet. Was? Codechecker hast du Geld gewastet? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der ist da wohnt. Ja, ja. Oha, genau, wann machst du das bei mir jetzt? Will ich mit rein? Ja, mal gucken, ne? Ich muss das ja so umprogrammieren. Game over. Drei Minuten weggeschossen, game over. Ja. Da bleiben ihm nur noch die drauf, die Geschottgang. Und da kommt der Haui. Wird ja noch jemanden wegrassen können? Und da wird verkauft. GG. Damit geht Way2Knecht mit 1 zu 2 in Führung. Ja, das war, das war knallhart gespielt. Da war auch gezielt gespielt, wie ich gesagt habe. Eigentlich kann man die Mad nicht ohne, ähm, die Shotgun spielen. Aber das haben die halt auch erkannt. Haben trotzdem gekampft. Auf 1.000, 2.000 waren es schon ganz groß. Die Sachen vor den Hals. Macht ihr denn? Einfach die untere Cannon rausgenommen. Alesio mit dem kompletten Cannon-Stack einfach kaputt gegangen. Ja. Aaaaaaah. Was? Aaaaaaah. Was? Wir haben halt echt das Pech gegen die Turnierfavoriten im ersten Game zu spielen. Aaaaaaah. Das ist Bowser. Ich verstehe, ich verstehe. Gut zu wissen. So. Nur gut, dass ich eine Minute Stream-Delay drin habe. Ach, du hast das drin, ne? Ja. Auch von überall. Weil ich auch gern DVD spiele. Oha. Ja, gut. Ist halt, äh. Gut. Gucken wir mal. Aber das sind doch alles Ehrenmänner, von daher. Ja, nee. Weil der, ähm, weil der Kommandant Gaming geschrieben hat, ich knechte alles. Hm. 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 Okay, gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, es steht tatsächlich, äh, 2 zu 1 für Way2Knecht. Wild. Somit liegen sie noch in Führung. Wird es jetzt schon, also, nur mal so, ist quasi Matchball, ne? Wenn Way2Knecht das nächste Spiel gewinnt, haben sie das Turnier gewonnen. Wenn aber Sniper nochmal, äh, gewinnt, steht es 2 zu 2 und es wird noch ein letztes, fünftes Match gespielt, Leute. Es bleibt spannend, hier nochmal der Turnierbaum für euch, falls ihr da nochmal nachgucken wollt, falls ihr ein Kurzzeitgedächtnis habt und euch das hier nicht merken könnt. Ja. So, dann ist ja jetzt, äh, Streamsniper dran mit der Map, ne? Genau. Mini Accelerator ist halt besser. So, ähm, Streamsniper, Mapball. Und wir tauschen wieder die Seiten. Das ist das letzte oder vorletzte Match, Leute. Genießt es. Wir werden gleich nochmal Bossmonster machen vor dem finalen Spiel, falls das nicht das finale Spiel ist. So, warte mal. Danke, Sarah. Ich bin verwirrt. Zuschauerimpact. Habe ich was verpasst? Keine Ahnung. Sag gar nicht. Ja, doch. Streamsniper. Leute, es ist immer noch ein Spiel hier, ja? Chillt mal. Oha, App ist heute noch gar nicht gesehen. Bin ich tatsächlich ziemlich heiß drauf. Bin ich tatsächlich übelst heiß drauf. Ich glaube, beide Parteien ziemliche Favoriten. Bowser sehe ich da auch ziemlich stark. Auf der Karte. Das ist halt krass. Das ist halt krass. Dass die Mauspads brennen. Auf jeden Fall auf der Karte. Schöne, hohe, wunderbar land. So, Alesio bandt Architect. Und Igelei wird gebannt. Perfekt. Ich glaube, jetzt merkt man langsam, dass sie trotz, dass sie so lange spielen wollen wie möglich, langsam keinen Bock mehr haben. Der Druck wächst. Wir werden gucken. Igelei ist gebannt. Die wollen alle ihren Döner kaufen gehen. Ja, ich glaube auch. Alle vier. Die haben langsam, die Schäfte machen zu langsam, ne? Ja, die müssen ja auch erst gewinnen, damit sie ihre Döner holen können. Da stehe ich voll hinter dir. Es gibt keine, die ich mehr hasse als Eves. Also, ich mag sie vom Aufbau her. Ich mag sie auch, glaube ich, gerne spielen können wollen. Aber ich kann sie halt auch nicht. Das ist halt wild. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ähm, ready. Und dann kommen wir zum letzten oder vorletzten. Lass dich mal ein Predikt machen. Wir werden wahrscheinlich Warthog sehen oder ein Pinchwiz. Ne, ich denke, Archie wird dabei sein. Architect ist gebannt. Hätte ich auch gesagt. Gerade wegen der Karte. Aber ist halt schwierig. Warthog ist natürlich kräftig zum Durchsetzen. Gerade für, äh, für die Schottis. Glaube ich. Zum Abreißen. Weil hier wird ja auch gerne auf, äh, Shotguns gespielt. So. Ja, dann Loot. Äh, Loot gut. Äh, Loot gut. Leute, Loot gut. Dann würde ich mal sagen, good luck, have fuck. Und wir starten die letzte oder vorletzte Runde. Vom Finale. Yay! Yay! Ich muss sagen, äh, bis es ist eine Karte, die ich absolut noch gar nicht kenne. Ich lass dich jetzt mal überraschen. Die absolute Anfänger. Dann gucken wir mal. Ähm, zuklappen, 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 zuklappen. Ja, hier ist halt krass. Du kannst dich nach oben und nach unten bauen. Für, äh, weitere Minen. Kannst halt auch, äh, sechs Stück haben. Ja, genau. Man hat ja nur zwei Starter-Minen. Was ich halt, äh... Also, die liebte Strategie ist ja natürlich, das hab ich mir schon angeschaut, ist natürlich Laser. Mit, äh, ne, Howie mit, äh, Shotgun wieder natürlich. Ähm, weil die Ghana natürlich sehr offen stehen. Ja, was gegen mich auf App ist, auch immer sehr oft angewandt wurde, ist halt auch, äh, im Late Game irgendwann ein Loop noch unten, äh, weil man kann tatsächlich trotz Mini hier oben, wenn man gut ist, hier seitlich noch ein Loop rein platzieren. Und, äh, und dann noch auf EMP gehen. Das wurde auch schon öfters gegen mich angewandt. Wie kann ich denn da mit Sniper spielen, ey? Das ist wild, ne? Doppel-Sniper von Patriot. Vor allem Patriot, also der übertreibt ja mal. Einer wurde rausgenommen, jetzt kann er theoretisch counteren. Und er verliert beide. Das ist dreist und teuer. Allee ist ja zum Glück bloß mit einem. Mal gucken, ob der, aber der wird wahrscheinlich nicht gegen gesnipet. Aber was eine übliche Strategie auch auf der Map ist, ist natürlich EMP. Äh, später zu Rockets. Ähm, da wird natürlich aber auch... mit Shotgun gespielt. Da muss aber auch die Early-Upgrade-Center dann schon kommen. Und nicht zu vergessen, Bassos, ne? Bassos zum Abreißen, der Streben zum Trennen der Verbindungen, der Minen. Weil gerade auch am Anfang die Verbindungen noch relativ dünn benetzt sind. Kannst du die halt auch gut wegmachen. Genau, was ich aber auch sehe, ist einfach, ähm, ich sehe jetzt auf beiden, auf der linken Seite, keine Tag für die Flak. Noch nicht, noch nicht. Ich glaube, Flak wird selten gespielt. Ah ne, Quatsch, äh, also ja, Flak an sich nicht, aber, klar, zum Upgrade zu der Shotgun. Also zum Pumpgun, ja. Ich hab mein ganzes Leben lang noch nicht einen Gegenstand beim Zocken gekillt. Krass, ich schon. Zera läuft rum und freut sich, wenn er was killen kann. Und nicht nur im Spiel. Ja. Wenn ich verliere, muss ich halt, muss ich halt, äh, meine Maus zerstören oder irgendwas. So, was haben wir denn jetzt hier unten? Fette Sansack-Defense. So, was ich jetzt erwartet hätte, wie auf der rechten Seite unten, denn wirklich für die Bastos, auf der rechten Seite von Alessio. Ähm, da hoffe ich, dass wir jetzt auch noch kommen. Und auf der Topseite, ähm, von Patriot halt dann wirklich die, ähm, Shotgun. Ähm, auf der linken Seite sieht man unten wirklich die Bastos, wie du auch schon gesagt hast. Wirklich zum Zersäbeln der Streben, die ultra wichtig sind auf der Map, um die Minen natürlich verbunden zu halten, auch. Eben. Ja, du baust halt wirklich dünn nach oben, ja. Ja. Und das sieht man jetzt aber auf der, bei, ich weiß nicht, was ich hab, bei Bowser schon zwei Bastos. Ist auf jeden Fall wichtig. Im Gegensatz, äh, zu den Streamsnipern, die halt alles komplett mit Sandzecken richtig dicht machen. Und einfach ihr komplettes Setup einfach gar nicht großartig aufbauen. Das finden die sehr interessant. Ich finde, das ist alles sehr labil. Da fehlt Woodspin, da fehlen Sachen zum reinpläsen. Da fehlt eigentlich, ich finde, das ist sehr spartanisch alles gemacht. Aber Sandzecke sind extrem fahren. Ja. Einfach zum Schutz vor der Bastos natürlich. Ja. Ist halt auch immer, was ich halt auch ab und an vergesse, halt meine Minen zu schützen. Und, äh, somit können schon mal die zwei Minen nicht rausgenommen werden vor irgendwelchen Kennen-Shots. Was ich natürlich aber auch interessant finde, jetzt verstehe ich natürlich auch die Tag, die sie gebaut haben. Scatter-Shot auf der linken Seite. Ähm. Scatter-Shot neben der 20mm. Ähm. Ich glaube, die müssen dann wirklich schon auf die 20mm gehen. Und das wird halt interessant, weil wirklich die Platz für große Boxen, das gibt es halt auf der Meck nicht. Oh, AK-4 ist auch hier. Das könnte das letzte Match von Best of Five sein. Ich denke, das sieht aktuell... Also, ich weiß halt leider, ich kann nicht in die Köpfe von Streamsniper gucken. Ich finde, das sieht unterlegener aus. Aber da sieht man schon die ersten 20mm, die leicht versteckt ist. Die dürfte nicht rausgucken, das sieht ganz knapp aus. Ne, die guckt nicht raus. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Roadhog. Ähm, Warthog. Warum sag ich schon Roadhog gegen den Scheiß-Overwatch? Das ist Roadhog. Ich fände mir über den Cripp ein von Kiwi. Roadhog, Warenhäuser. Aber, oh, da unten kommt es anscheinend, die gehen auf Luke unten und oben auf Laser. Das Ding ist, das kommt zu spät. Also, das meinte ich halt, die haben halt alles mit Sandsäcken zugebaut, zu wenig gebaut. Ähm, sie haben halt mehr die Defensive gespielt und haben halt jetzt für die Offensive noch nichts. Wobei gleich die 20mm mit, äh, Scattershot halt kommen werden. Genau, das hat mir jetzt auf der rechten Seite, das hat mir jetzt auf der rechten Seite ein bisschen gefehlt, was, was vor allen Dingen jetzt, ähm, Domi ganz gut gemacht hat, halt einfach mit der Buzzsword zu nerven. Und deswegen mussten wir von vornherein nicht so viele Sandsäcke platzieren, wie auf der rechten Seite. Weil Domi halt wirklich mit den Buzzswords genervt hat. Und das verzögert halt in der Economy, um halt die Treppe zu wollen, bis sie vielleicht auch zu wachen. Oh, da kommen wieder die Buzzswords. Ja, oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, unwichtige Sachen getroffen, aber es fällt einfach... Was war das? Irgendwas ist vornherein gefallen? Der Sniper ist vornherein. Nee, der Sniper explodiert doch nicht so, eben. Dann ist der Feuerlase runtergefallen und hat halt gut Schaden angerichtet. Deswegen, Leute, edit Buzzswords auf dieser Karte. Ich glaube, die Nuke-Worte, beziehungsweise Swarms, wurden auf jeden Fall schon gesichtet. Der Wood-Spam bei Bowser, nee, bei Domi ist da. Aber ist auch ganz schwierig. Man kann mit den Nuke wirklich unterhalb des Kerns ganz gut treffen. Ja, sehr ehrenlos. Das krasse ist, ich will nichts predikten, aber ein Magna von oberhalb, weil ja, äh, wer ist das? Patriot ja Laser spielt. Ein Magna von oberhalb könnte die Nuke von unten perfekt, instant in den Kurs schicken. Aber jetzt sehen wir schon, da sehen wir schon drei, jetzt sind die vierte sogar im Aufbau, 20 Millimeter, mit der beiden Fähigkeit für den Scattershot. Das kann auch richtig reinhauen, natürlich. Ja, da kommt die fette Shotgun. Genau. Erst mal überlegen, was weiß ich. Ja, genau, mit dem Magna. Was habe ich gesagt? Habe ich nicht Magna gesagt? Ich finde, wenn du hier mit dem Magna hinziehst und die Nuke kommt hier, kannst du halt schön einfach von unten in den, was soll der Magna Laser da machen? Aber ich bin richtig. Aber ich bin richtig verblüfft, wirklich, dass wir zwar, dass wir heute zweimal Scattershot gesehen haben. Warum? Weil ich, weil, ich habe wirklich die 20 Millimeter, das Gefühl, dass sie sehr verpönt ist als Waffe. Ja, ist sie aber auch, aber nicht mit Scattershot. Da ist sie halt gut. Und Buster heißt es. Ja, gut, aber Buster spielen ja nur Leute, die keine Ehren empfinden haben, also weiß ich nicht. Oder was sagst du dazu, Paul? Es ist so, Paul sah einen Wert gegen dich zu löschen. Wer hat sein Feuer da nicht rechtzeitig gelöscht? Aber das sieht man schon, da redet jetzt wirklich alles hier unter Druck. So, da haben wir die Nuke, Leute. Was ist los? Ich weiß von nichts. Ihr seid ja auch noch da, ne? Das ist ihm gar nicht zugehört, ne? Du hast kurz weg, ne? Sollen wir es nochmal wiederholen für dich? Ich habe im Chat gelesen. Aber was mir jetzt auffällt, weil, ähm, beim Domi fehlt noch eine Mine. Von den 3er-Minen. Ja, die Mod haben wir ja auch tatsächlich, die haben wir auch schon mal reingenommen. Bei Domi fehlen, eine Mine, stimmt. Vielleicht ist es ihm nicht aufgefallen. Schwierig. Aber Domi hat aber auch, ne, okay, 3, ja, okay. Aber da sieht man auch schon die ersten Schilde, weil Schilde sind sehr effektiv gegen, ähm, die 20 Millimeter, weil die Geschosse von der 20 Millimeter von den Schilden abprallen. Aber es zieht halt trotzdem gute Energie. Oh, da wurde wieder die Verbindung geklappt. Das sind immer Millisekunden, wo es keine Economy gibt. Und da kommt die Luke, da kommt die Luke. Und reißt voll rein. Reißt voll rein. Oh, das wird ehrlich. Schade, dass man keine Luke spielt auf Abyss. Schade. Da kam die Luke und war sehr effektiv. Ich glaube, Patriot war letztlich, die überraschend gerade Bowser und Domi Kratz. Ich, ich glaube auch. Wie viele Sandzäcke. Bitte baut jetzt noch Marken. Ja, sehr unnügend. Also tatsächlich sehe ich das relativ oft in Videos, aber ich bin da jetzt auch kein Experte. Ich habe das halt nur gesagt, weil ich es halt immer so sehe mit der Luke. Oh, 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 genau. Aber was ich von vornherein des Turniers gesagt habe, die Combo Laser mit Luke. Oder mit Taui. Das ist einfach ganz, wie man zwei gegen zwei spielt. Man kann das so schwer achten. Oh, oh, da muss man jetzt aufpassen. Das ist ja wild. Was ist das für eine Wendung? Oh, 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 oh. Okay, da kommt die gewendete Wendung. Einfach weg. Habt ihr das gesehen? Da prallen einfach ein paar Kugeln. Da kam so eine Munitionswand auf die zugeflogen und einfach nur noch Lichterparty. Da brennt alles. Da haben die Sandsecke gefehlt. Was Alessio genügend hat, hat halt wirklich bei Patriot absolut gefehlt. Ja. Weil gegen die 20mm-Helfen wird die Sandsecke sehr gut, wenn man die Energie nicht hat. Er wurde aber bis jetzt tatsächlich auch nicht so gefokust, deswegen hat er wahrscheinlich eher darauf verzichtet und jetzt hat er halt die Rache gesehen. Und jetzt wird das halt ganz schwierig. Das hat schon fast... Ja, kommt halt jetzt drauf an. Also wenn die APM da ist... Ja, nee, das war es jetzt. Das war es jetzt. Da muss jetzt Alessio wirklich nochmal 10 Jahre jünger werden, damit er mit seinen 12-jährigen Reflexen das noch richtig richten kann. Aber der Plasma-Laser ist jetzt auch bereit. Das ist wichtig. Es ist so schwierig, die Nook rauszukriegen hier, wenn du einmal eine hast. Oh, da ist die Defense weg. Oh, jetzt mit dem Plasma her. Energie hätte er gehabt können, Shot. Nein, falsche Seite. Aber war auch nicht schlecht. Ja, war okay, war okay. Ja, aber da ist schon die erste Shotgun für die Nook. Die zwei sogar schon. Kann er halt mit dem Firelaser trotzdem protecten, ne? Ja, aber der will ja mit der Nook unten ran. Also oben ran. Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Das verstehe ich nicht, warum ich nicht erstmal mit der Nook unten wegmachen möchte. APM von 390. Da schreiben einige, das ist wohl GG. Da kommt GG. Chief, äh... Prinzler meint eventuell auch GG. Da kommt die Nook. Oh ja, aber halt nicht von unten rein. Da wäre ein Magna super. Ich sag, ich call das, Leute. Aber, oh, oh, oh. Oh, ganz knapp drüber. Aber er hat jetzt, er hat den Enkel. Das töten wir nicht vergessen. Der nächste Schuss ist der Chor. Ist der Chor und der Chor. Ich sag's, wie es ist. Oh, oh mein Gott, da wird alles abgekartet. Bau nach, bau nach. Stimmt. Aber worüber Alessio tatsächlich extrem am Floaten ist, was alles angeht. Also er hat genug. Jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Da wird er... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat den Plasma verloren. Aber das ist egal. Nein, 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 er hat den Plasma nicht verloren, nur die Verbindung. Ist er nicht runtergekippt? Er hat keinen mehr. Nein, Plasma ist weiter oben. Ach, da ist er. Oh, ich habe den Plasma runtergekippen sehen, der ist da oben bestimmt. Oh mein Gott. Ah, er wollte den Plasma abfeuern. Oh, jetzt ist die Verbindung weg. Oh, der hat die Türen repariert. Oh mein Gott, als er den Plasma abfeuern wollte. Dramatisch. Aber jetzt kommt der Plasma und... Oh mein Gott! Oh, der ist safe! Der ist safe! Da kommt noch die Wasser hinterher, aber nein. Adomi hat noch genug Metall, das wird reichen für volle Reparatur und Aufbau einer Front. Welch tragisches Erlebnis... Und Domi baut erst mal Hintergrundstreben. Das hat der Autos verpasst. Ich glaube, Alessio, der sitzt gerade nackt vor seinem PC, weil er am Schwitzen ist einfach. Der süfft seinen Boden voll. Der hält das. Aber was ich nicht verstehe, warum... Ähm, ähm, hättest du schon den Namen? Baut er nicht auf die Base geht von Domi. Der hat eigentlich schon verwechselt den Linken von oben mit der 20-Minilie-Berrandgeleid. Äh, soll ich mal das callen? Hat jemand ganz oben links mal geguckt? Ganz oben links? Ganz oben links? Ganz oben links? Das werden wir noch die nächsten 30 Tage hören. Ich hab's gecallt! Ist untypisch, Nuk. Hahahaha! Oh, Nibu mit Portal! Ja! Ja, hä, sonst kannst du da ja nichts machen. Ja, wild. Okay, voll. Und da kommen die Nuk dann raus. Hoffentlich zur richtigen Seite. Oh, das sieht aber langsam echt bitter aus. Ey, eine richtig gut platzierte Nuk. Das reicht. Und er kriegt sie nicht durch, ne? Das ist ein Trauerspiel gerade. Jetzt hat er auch die Verbindung verloren. Er müsste gegebenenfalls erlese noch von oben ein bisschen mehr Druck machen. Aber dazu fehlt ihm wahrscheinlich die APM. Ich mein, gut, wir haben da eine APM von 400. Das ist halt, äh, wild. Und er ist gerade nichts am reparieren, ne? Er hat trotzdem eine wilde APM einfach. Da wird oben wieder ein bisschen, er konnte mit Damage gemacht, aber tatsächlich nichts Wissenswertes getroffen. Die Bibliothek steht. Ja, also ich spaule einfach, dass Bowser jetzt gerade einfach nur mit Alessio spielt. Weil da jetzt auf die Windturbinen zu gehen. Possible. Ich glaube, die wollen auf die Portal-Nuke warten. Ja. Einfach. Nochmal so zum demonstrieren. Aber es könnte natürlich auch, äh, sein Untergang auch sein, ne? Ja. Oh! Die Nuke kriegt beim Starten direkt in die Fresse. Ja, und jetzt kommt die Nuke. Die Portal-Nuke. Die halt kein wichtiges Ziel trifft. Trifft, aber... Ja, der Winkel halt, ne? Ja. Dann müsste die eine Tür zum Portal machen. Die Schrägtür. Das bringt ja nichts. Du kannst die Nuke ja auch nicht steuern. Achso, das meinst du? Ja, ja, genau. Ja. Ich wünsche dir jetzt ganz einfach, dass die Nuke von Alessio durchkommt und... Oh ja, kommt sie. Kommt sie. Oh, der reißt ab. Ja! Ja! Kommt! Ja! Kommt! Dreh es, Alessio! Ich drücke dir die Daumen! Schön gemacht, schön gemacht. Alle haben GG gecalls und Alessio holt mit der Nuke einen schönen Treffer raus. Die Kanten-Kotek, das war keine freche Nuke, das war eine verdiente Nuke. Scheiße, ich weiß nicht, was er dann machen will. Naja, er ist... Ja, verdient. Ja, doch. Also, ja. Ihr musst nur noch fünf Minuten überleben, ihr habt mehr Core-Helf. Oh mein Gott. Stimmt! Bowser hat 99% Core-Helf. Ich weiß aber nicht, ob Alessio das weiß. Das wissen wir nicht. Wenn er das wüsste, würde er wahrscheinlich auf 100% die Save spielen. Oh mein Gott, Alessio liegt vorne. Was war so... Das war so ein Plot-Twist. Wenn er jetzt wirklich noch die fünf Minuten überlebt und die beiden... Oh mein Gott. ...weil Domi und Bowser einfach nur rumspielen wollten. Eins versus eins sollte man auf den Core schießen, nicht in den Berg. Aber der Impact, das war ja clever. Wenn man den Impact nutzt, um die Base wegzureißen, ist doch gut. Hat er mittlerweile das Portal geändert? Nein. Aber ich weiß nicht, was er da macht, ne? Ja, er nimmt ihnen halt die Economy, das ist ja schon wichtig, aber ich fände die Nuke woanders wichtiger. Er hat unten sechs Minen. Das Schlimme ist, die Nuke von Alessio ist viel effektiver. Ja, klar. Ja, aber Laser Support hat er nicht mehr, oder was? Nee. Er hat keinen Laser Support mehr. Aber der Laser Support wird gebaut. Ja. Das Ding ist, es sind jetzt noch drei Minuten, Leute. Drei Minuten. Noch liegt Streamsniper vorne. Oh mein Gott, jetzt kommt aber das Flash Damage, oder? Oh oh. 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 Kein Core Damage. Kein Core Damage. Oh mein Gott, der wackelt aber auch schon ganz schön. Oh, ich glaube, der wird vorher noch abgerissen. Er hat doch genug. Zeig doch mal APM. Gerade hat er eine APM von minus drei. Komm schon. Ja, er muss halt viel gerade machen. Er muss ja auch den Angriff managen. Aber das sieht man, das sieht man, was er vorher, der Bowser, der vorher macht. Ah, ärgerlich. Da kam ein Schuss vor dem Laser raus. Ja, ja. Und dieser eine Schuss trifft die Rocket. Aber halt natürlich auch von Bowser gerade. Fetten Respekt, dass er dieses, also ganz ehrlich, diese Base da links, die ist so unstrukturiert, so ekelhaft, dass er damit umgehen kann. Das ist schon auch fetten Respekt. Da ist die APM auch fangen. Da kommt die Nuke. Gucken. Der wird noch getrennt. Da kommt nichts durch. Warte, ist es so, dass die Nuke wirklich dorthin geht, wo es gepaintet ist? Obwohl es durch ein, durch ein Portal geht? Ich glaube, das ist noch nicht so. Was? Nochmal. Dass die Nuke trotz dessen, dass sie durch ein Portal geht, dort geht, wo es gepaintet ist. Ja, nee, dann ist das ja ultra strong mit dem Portal. Oh mein Gott, noch anderthalb Minuten, Alter. Der gewinnt das, Alter. Der gewinnt. Und das weiß Bowser noch nicht. Doch, das sieht doch die Anzahl. Nee, das stimmt. Nee, das sieht er nicht. Oh mein Gott, das sehen wir. Und ich kreuz immer noch, weil sie rumgespielt haben. Ja, genau. Das ist quasi Karma. Das war die Karma-Klatsche. Ich meine, die haben klar besser gespielt, muss ich sagen. Hätten sie verdient, aber das ist Karma-Klatsche. Aber es war ohne Quatsch. Ich glaube, die machen das auch nicht aus dem Geldfilm, die machen es wirklich aus Frankreich. Ist ja egal, ist doch alles WTF. Egal wer gewinnt, ich überweist das eh an dasselbe Konto. Am Coaching, ja. Hab ich auch schon gecoaching übrigens. Wir haben es am Anfang geschrieben. Oh, 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 oh. Nein, Damage. Oh, kein Damage. Kein Damage. Es ist noch... Nein, es sind noch 30 Sekunden. Ja, wir haben noch 30 Sekunden. Hä, hast du eine andere Zeit, Cold-Check? Oh mein Gott. Aber wir müssen auch noch 10 Sekunden nach aufrechnen wegen... Stimmt, stimmt. Wir müssen, genau, wir müssen 20-10 wegen Vorzwahl. Ihr habt recht. Oh mein Gott. Wenn jetzt noch eine Nu kommt von Bowser. Es sind jetzt noch 23 Sekunden, Leute. Es sind noch 20 Sekunden, Leute. Also ich möchte jetzt noch hinzufügen, ich unterstelle Bowser keine Mut, Mut, Böswilligkeit. Weil wir haben ja vorher schon diese geile Sache mit den Gunnern gemacht. Leute, sieben Sekunden. Vier Sekunden. Adé, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ich pausiere das Match. Ich pausiere das Match. Zeit ist vorbei. Und Alessio gewinnt mit einem Prozent Core-Damage. Das ist so frech. Oh mein Gott. Ich gehe kaputt. Alter, ist das wild. Aber jetzt haben wir kein Replay, ne? Schade, schade, schade. Nee, haben wir nicht. Alter, richtig strong. Oh, geil. Und vor allem habe ich euch voll ins Ohr geschrien. Ja, weil die WTK hat ja nicht zugehört am Anfang. Die kennt das ganze System nicht. Ich habe es ja vor uns Bowser nochmal erklärt, aber die haben anscheinend nicht zugehört. Ich habe es sogar zweimal erklärt. Vor allem, wir sagen es ja auch immer wegen den fünf Minuten. Und vor allem, wir sagen es etwas mehr als zweimal erklärt, nur zur Info. Ja, aber gut. Man muss halt sagen, dass sie währenddessen ja nicht zuhören oder nicht immer zuhören konnten. Ja. Ja, wilder Film. Matchen. Aber, das heißt... Aber ich werfe immer noch in den Raum. Die haben das bestimmt mit Absicht gemacht. Da haben wir noch ein schönes fünftiges Match finden. Ja, das, was jetzt passiert ist, war nicht mit Absicht. Also, ich glaube, Bowser wollte einfach wirklich nur, ich weiß nicht, spielen oder... Ich weiß es nicht. Ne. So, das heißt, wir haben jetzt ein 2v2. Äh, was? Äh, zwei gegen... Zwei Punkte zu zwei. Ich weiß nicht. Es steht 2 zu 2. So. Das heißt, bester 5, wir müssen noch ein Match spielen. Auf der Vanilla. Das machen wir auf der Vanilla, genau. So, ähm, kann die einer... Oder ich mach die kurz rein. Vanilla, 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 Large. So. Match auf Vanilla wieder. Alter, das Timing wieder. Ich sag wieder, ich hoffe jetzt, dass die nächste Nuke einfach nur... Ja. ...Alesio rausgeht. Boom, rausgenommen. Oh, aber. Ich befürchte, eine Kammerklatsche jetzt für Alesio. Er schreibt einfach, ich bin Meister auf Elbis, weil er mit Luck mit 1% gewonnen hat. Er ist direkt Meister. Mich kann keiner besiegen. Es ist genau das gleiche wie in Valorant. Man sollte nie sagen 9-3. Okay, das gewinnen wir easy. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich. Sprech mit 1%. Wie kriegt man denn 1% abgezogen? Ich kann die Pause bannen. Wer soll gebannt werden? Ich kann die Pause. Sind genug. So, okay. Architect ist gebannt. Und Igelei. Achso, haben die schon? Achso, ja, da. Igelei. Doch, doch. Haben schon. Igelei und Architect. Gut. Damit sind Spion, Igelei und Architect gebannt. Wir machen jetzt hier wieder. Zack. Zack. Ja, da war es das ja auch schon. Kann beginnen. Aber wir machen vorher. Auch schon. Eine Pinkelpause. Kurz. Kurz. 2 Minuten Pause. 23 Uhr. Auch schon. Dann kommt das Finale. So. Das heißt, ihr kriegt ein Bossmonster. Ihr könnt alle nochmal auf Toilette gehen. Alle euch die Beine verdrehen. Mann. Ja, da kommt der Boss, Leute. Wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Bis gleich. Oh, Patriot Kocek freut sich. Skelet Boss. Ich brauche mir der Zeit einen Kaffee. Ich brauche mir der Zeit einen Kaffee. Ich brauche mir der Zeit einen Kaffee. Oh, Patriot Kocek freut sich. Ich brauche mir der Zeit einen Kaffee. 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 Das ist ein Kaffee. So, da bin ich persönlich schon mal wieder zurück. was haben wir denn hier es bleibt spannend es bleibt spannend jetzt wirklich finales match also es gibt kein finaleres match mehr wir sind im best of five wir haben zwei spiele vier spiele schon gespielt es steht zwei zu zwei das jetzige match ist definitiv das finale match ich bin sogar überlegen ob wir ohne zeitlimit spielen bis einer abgerissen ist was sagt ihr ohne zeitlimit das könnte lange dauern na glaube ich nicht also bis jetzt wir hatten ja wir hatten jetzt erst ein einziges time timeout oder wir haben noch wir haben jetzt das erste mal wegen zeit abgebrochen von so vielen spielen ich glaube nicht das war das erste mal wirklich ja die verlieren das noch was das ja also meins nicht ja er kochik wie wieviel kanalpunkt hast du denn du brauchst ja auch mindestens 100 kanalpunkte zum scheren kochik wollte gerade für 1000 er hat schon aufwärts verdreht und dadurch ist die meldung aufgekommen mit dem schellbefehl und als er es wieder also als er es richtig geschrieben hatte ging es dann ach so ja gut dann klarer fall von selbst dran schuld so mit nee ich glaube wir machen das ohne zeitlimit letztes finale spiel ohne zeitlimit bis der letzte abgerissen ist bis das letzte umfeld also morgen werde ich sowas von heiße sein allein wegen dem schreivollen als die lüge eingeschlagen hat du redest auch viel zu viel ich komme hier gar nicht zu wort das stimmt doch gar nicht ich habe nichts geredet die ganze zeit gefühlt außer kurz mal wo ich von euch angesprochen wurde das ist ein kampf bis zum tod wird kein zeitlimit so so was ist jetzt bei oh meine maus ist alle dann doch mal nach zwei tagen wieder so was war achso ja domi hat halt absolut nicht die 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 regeln sich angehört vorher habe ich das gefühl er spielt das turnier und hat gar keine ahnung was die win conditions sind perfekt so sind denn alle wieder da ist gandalf da paul ist da habe ich schon gehört jo ich bin auch da perfekt äh würde ich mal sagen äh oha easy win ganz ehrlich das ist die noch größere kamer klatsche ich bin gespannt würde ich mal sagen alle sind ready dann würde ich sagen good luck have fun somit leute das letzte finale spiel oh mein gott jetzt geht es um alles leute jetzt geht es um alles erstmal wieder alles zuklappen 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 und zuklappen diesmal innerhalb der zeit geschafft bin mir nicht eingeschlafen dabei so was haben wir jetzt äh linke seite auf jeden fall wieder team stream sniper alessio äh unten und patriot oben und auf der rechten seite way to coden ähm unten bowser und oben domi weiter gehen ok erstmal äh weapon tag die wissen dass sie genau eine defense bauen müssen ging es ja das ist aber auch ein bisschen problematisch wenn du jede runde dasselbe machst gerade bei einem best of five ne äh ist ja blöd da immer wieder dieselbe taktik zu machen bin seit neun stunden dabei bruder bambi wieder gegenseitig geslapen soll passieren das heißt bambi du hast schon beim programmieren zugeguckt oha krass cool 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 das ist wild ja wir machen nachher noch ein bisschen ja ich wollte eigentlich nach dem turnier noch ein bisschen ähm hier 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 zocken aber jetzt ist schon so spät ich bin am überlegen vielleicht machen wir noch ein match oder sowas mit der community und dann würde ich tatsächlich noch ein bisschen äh das geilste game ever spielen und zwar white west dynasty ach du schau ist der salzig alter hast du eh glaubt was nicht fast runde kiste was haben wir denn jetzt hier oh da wird tatsächlich bei äh way to knechth äh auf rockets äh auf auf sieb ja auf boah doch die spielen sieb und gehen auf jeden fall auf nukes jetzt ist die frage was passiert da unten laser okay wieder nuke laser support haben wir heute schon gefühlt das tausendste mal gesehen ich glaub das ist es ne also ich will ja nichts sagen aber die zwei jungen sind rechts sehr schnell gerade die sind sehr schnell oben ist noch so ein bisschen okay da kommt die laser tag ja unten fehlt leider noch alles ich glaube tatsächlich dass alessio gerade seine kompletten apms verschwendet hat da fehlt halt immer noch die zweite tag das sieht nicht gut aus für die jungs äh team stream sniper ich weiß nicht wie ihr das seht was ich hab nicht zugeguckt toll wie funktioniert das eigentlich mit den figuren ähm kann das jemand erklären kochek ist doch schon deep drin oder kannst du noch mal kurz erklären oder ich mach es nach dem äh turnier da ist Jakobi wahrscheinlich auch noch mal kurz rein da kommt die erste swarms oh bitter für beide es geht natürlich oben naja es hat irgendwie beide getroffen und die streben weg nur eine metallstelle da oben war natürlich zero damage mehr oder weniger die paar streben kannst du natürlich nachziehen es hat gandalf einfach die sprache verschlagen ja ist er noch da? muss ich ihn noch reinziehen? gandalf ist auf jeden Fall noch da ich bin noch da willst du gerade ruhiger sein damit ich auch reden kann oder was kann ich oder was kann ich er sagt dazu nichts ja damit du reden kannst du hast das sprachrohr erhalten sprachrohr? ja also das sprachrohr hab ich ja sowieso ne einfach eine optikatorische anerkennung deiner redekunst erhalten von gandalf was auf jeden fall so jetzt wird auf jeden fall gegen die schwarms auf jeden fall schon mal vorgegangen die kommen dann nicht mehr durch woodspam macht natürlich wenig schaden die nukes an dem ganzen scheiß aber da sind natürlich auch bassos auf der anderen seite und da wird oh einfach der torbein block sonst wäre der laser weg gewesen gut gemacht und da sind jetzt auch die streben davor schon alter ganz knapp gerettet hat patriot ganz gut gemacht ah ok ich mich da schon was ne der feuerlaser von patriot hat kurz geschrien ich hatte mich gewundert aber da war die tür noch nicht geplaced die hat geschrien? ja die schreien immer gerne weißt du achso ich will nicht schießen ich bin Pazifist genau das oha Kocek macht's halt wirklich danke danke Kocek oh mein Gott der wird halt alles rausgenommen patriot kann halt leider seine ganzen Waffen nicht halten wie sieht's mit den nukes aus da sind die nukes leider auch schon unterwegs das sieht gar nicht gut aus ja und unten die bottom base wartet einfach nur noch darauf den support zu leisten oh was oh da rech da hat die flag ziemlich derbe durchgeschossen ja ok da ist gar nichts passiert da ist gar nichts passiert gut auf jeden Fall wenn wir da durchgegangen sind ja das ist ein Lagerfeuer um noch dein Steak zu braten weißt du ja ja oh da drüben gehen die Türen auf ich hab Türen gehört da ist aber nix für Türen Bauer zieht doch gerade seine Stability ah da wird noch n bisschen gesnipet geguckt sehr interesting interesting sie haben sich sie haben sich gegenseitig gesehen und gemisst die Türen die stehen aber zwei Kilometer offen und kein Schaden wird gemacht an den Lasergunnern von Bowser das ist aber auch sehr frisch so nuk nuk kein Feuerlaser als support gar nix macht halt zu wenig Schaden sieb ganz nett aber ich glaube im Late Game wird's gerade ziemlich eng ich find's immer lustig wie wir immer sieb spielen wenn wir 4 gegen 4 machen dann würde jeder nukespawn dann hauen wir uns immer gegenseitig die Base weg das macht natürlich viel mehr Sinn top spielt nuk der da runter Feuer support der Mitte äh second top macht wieder nuk der da runter macht vielleicht oder irgendwie so keine Ahnung dass er sich aufteilt aber oh jetzt jetzt wieder mit support oh die nuk kommt durch und die zweite kommt auch durch da ist das Feld offen das ist noch was so groß hätte Paul Fußball gehabt er hätte ein Tor geschossen ja auf jeden Fall ist Gandalf jetzt als Carse ausgefallen oder ja ich glaub rechts bottom bräuchte man äh auch nur zwei gute Cannons ne bitte rechts ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall mit der ersten das wegnehmen mit der zweiten ist der Chor halt direkt weg ne den kannst du wahrscheinlich mit 2 Cannons aber da ist halt nix da ist halt nix was ihm gefährlich werden könnte hier sogar schon die blinkende Party Disco strebe wobei ich bin noch nicht mal sicher ich glaub wenn du den Plasma der Karne gebraucht wird wenn du den gut triffst ich glaub sogar der Plasma kann den Chor sogar gut hitten mit genug Energie ich glaub beide gegnerischen Basen äh auf der rechten Seite von Team Way2Knecht sind gar nicht so krass defended man kann nur 1 Sandsack ja aber selbst bei den ja ok mittlerweile sind da 3 Sandsäcke aber selbst da kannst du glaub ich mit nem guten Winkel oh mein Gott oh Gott der Plasma war ein voller Erfolg da wurde schon mal die erste Cannon was glaub ich rausgenommen ist da eine Cannon der kann keine Cannon gehabt haben Feuerwehr ist aber da ah ja könnte man auch als Cannon bezeichnen ja eben ist von hinten gesehen dasselbe oh mein Gott oh da wird sogar die letzte Rakete wieder rausgenommen ich glaub Steve jetzt im Late Game tatsächlich gar nicht mehr so gut ja da müssen die Jungs die stabilisieren sich und haben übelst Redefense jetzt dagegen ja da kann man nichts mehr machen klar die Cannon unten rausgenommen aber die Flak da ist so eine Hitten Flak ja ich mein man kann sie erkennen an der Box und die kann ja oben die Gunner sind ja auch zwei Flak sind also ja ja ich glaub das ist äh da kommst du nicht durch da ist der Plasma tatsächlich wirkungsvoller gerade ah die machen das so spannend ich blende trotzdem mal die Zeit ein aber denkt dran das ist ein äh Kampf bis zum bitteren Ende wir haben jetzt kein Zeitende hier wenn das eine Stunde dauert ja ja klar wenn das eine Stunde dauert dauert es eine Stunde ist das finale Match es kommt halt nichts durch der Schaden das kitzelt die ja der Plasma ist halt wild der Plasma ist halt top ist eine gute ist ein guter Angriff plus einfach eine gute Verteidigung gerade an der Stelle da hat der Chat recht oh da werden oben da wird oben ein bisschen economy da kommen die nächsten Nukes jetzt wird der Plasma eventuell wieder zur Seite genommen ah ne fliegen zu hoch fliegen einfach zu hoch und eine Nuk oben drüber geschossen ich glaube tatsächlich dass Domi sich gerade schwarz ärgert einfach dass da nichts committet man muss ja nur mal eine Loop wirklich lucky durchkommen und dann haben die auf jeden Fall so einigen Druck wieder weg oh da Plasma sehr wichtig oh der war gut der war gut der war gut Millitick tiefer und der Kurve vielleicht sogar weg gewesen ach Paul Paul was ist das für ein Drama viele Laser auch hier einfach auf dem Feld sind ey da wird halt mit Schafen geschossen geschossen und was kommt an die pinken Wattebällchen es ist der Wahnsinn was willst du machen da passiert gerade nicht viel da kommen die nächsten Nukes mal gucken ob jetzt wieder ein Lucky mit dabei ist da kommt der Hitten Haui aber die eine fliegt schon wieder verdächtig hoch nein sie kommt durch oh mein Gott oh Gott der Hitt sie macht diesen das ist eine Amplitude das muss ich mir auf jeden Fall nochmal im gameplay ansehen sie hat einfach den übelsten Michael Jackson Move gemacht und ist von unten reingeflogen aber bei Nukes ist immer alles so ja man hat es leider Gottes jetzt gesehen man hat es gesehen die Nukes sind aber heute auch anders wild da kommt die nächste direkt ich meine ist jetzt oh mein Gott es kommt alles durch das ist jetzt natürlich sehr sehr tragisch da ist die Shotgun da wird auch auf den Chor geschossen oh da kommt Smokes ich glaube jetzt kommt der finale Hit was wird abgeschossen der Haui wird abgeschossen ja irgendwie ja nicht irgendwie ja nicht ne der Haui eben gerade er hat einen Haui hinter dem Chor platziert und der wird eben gerade rausgenommen kleiner Funfact Alesio jetzt durch das öffnen des Chores und mit dem Schuss von der Shotgun nur noch 36% Core-Helf da ist er wieder ja da ist er wieder du der könnte eventuell ne ok ne wir machen bis zum Ende ne ja ja stimmt oh 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 hä die Shotguns okay da wurden dann schon noch gar nicht vermutet aber alles gedohrt tatsächlich wobei auch hinter den Doors einfach gar nichts mehr drin ist beide Alesio und Patriots gar keine Energie mehr äh gar kein Metall mehr das ist sehr bitter da kann keine Defense gebaut werden ich glaube das ist jetzt wirklich GG das ist jetzt wirklich GG es kann auch nicht repariert werden dank den Smokes nur weiter hinten da kommen uns noch gar noch ein paar Shotgun-Schüsse durchgeflogen Paul sag was was würdest du jetzt machen um das noch zu wenden ich weiß es nicht ich glaube ich könnte es nicht Bildschirme aus der hat das schon so hart überfordert damit unten nochmal ein bisschen Cheap Damage durchgeprügelt und jetzt die Nukes wo gehen sie hin ich glaube unten oben tatsächlich ah ok jetzt kommen wieder ah jetzt ist halt wieder jetzt sind die Nukes wieder sinnlos entschärfte Nukes jetzt wird sich dahin wieder aufgebaut beide gleich wieder voll da easy Bildschirm auf den Kopf drehen boah Eimerus wenn du das danach noch gewinnst das Match dann ist es Trauma dann ist die Physik in Forz anders easy zu wenden aber das hätte auch gar keine Waffen wirklich bauen dann kann ein Australier weiterspielen ist das rassistisch gewesen? ich weiß nicht ich distanziere mich von dieser Aussage weil ich mir nicht sicher bin ich habe auch nicht darüber gelacht nee so aber das kommt auf YouTube also falls da draußen jemand ist der Bock hat Videos zu schneiden der Rapport ist raus der kriegt das komplette und ihr könnt ein Best-Off schneiden ihr könnt auch von mir aus mehrere ein Best-Off schneiden ist mir scheißegal oh oh mein Gott es wird einfach unten gegen den Strahl die Shotguns geschossen ah ne es sind noch Flugs denn seine Gunner haben aber leider Gottes auch nicht so den Winkel da muss Domi auch glaube ich sehr doll aufschreien da wird auch schon wieder der erste Plasma da kommt schon wieder der erste Plasma das Ding ist beide haben nicht wirklich viel mehr aufgebaut mit einem Plasmashuss kannst du wieder die Defense wirklich gut zerstören und mit dem zweiten vielleicht doch wieder was anrichten es ist ein Hin und Her die spielen wirklich Luke Pingpong lol okay kein Schaden Zero Damage Zero Damage im Prinzip viel zu hoch schade einfach um die Gegner gegenseitig zu schwächen wenn du immer noch auf den einen gehst kann der andere viel zu stark werden warum hat der das ist ein A gebaut Nein weißt das ist kein A oder das hat eine Füße ist das ein Imposter ist das ist das Among Us ne keine Ahnung oder hinten das Backpack die Füße das Gesicht mit der Luke der Bauch ist das von Among Us Mongus ja ne also wenn man das noch nebenbei machen kann ist alles gut ja was ist das und da braucht ein Sniper das ist ein Among Us ja das sag ich doch der Among Us Kunst am Bau ja kann man ja zwischen euch machen wenn man im Finale von dem Turnier ist kann man das gerne mal machen weißt der Rest die New ah ne Paul wie geht die Spangen raus Paul ich hätte Zeitbegrenzung machen sollen ja oh da kommt der Plasma der auch wieder Zero Damage wir sehen jetzt auf beiden Seiten immer Zero Damage aber dafür Kunst auf Seiten von äh way2knecht pass auf wir machen jetzt noch ne neue Regel die beide nicht wissen wenn sie das Spiel länger als 30 Minuten dahinziehen gewinnt keiner das Preis wo ist eigentlich mein Kaffee ach da wo ist eigentlich mein Kaffee gleich mal ein NFT draus machen oh ja hau rein aber ich krieg die Rechte denkt dran ne wobei ich müsste Domi ein Recht draus machen oh hier schön mit dem Sonnenhintergrund hier mit dem Sniper da oben drauf so oder 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 was ein geiles cleanes NFT so so mittlerweile wieder bei Elisio der Crew mehr oder weniger offen ja ist ja ein Drama ne ist ja ein Drama ja man fragt sich eigentlich nur wann ist das Ende wann ist das Leiden zu Ende man könnte ja sagen die die am wenigsten spannendsten Matches sind die ersten in dem Turnier aber tatsächlich das hier voll runter und da wird tatsächlich Patriot zum 20. Mal eingerissen Leute da kommen die MPs was die auch immer machen sollen Perfekt irgendwann müssen irgendwann müssen die Menschen auch schlafen gehen irgendwann müssen sie suspenden ich sag's wie es ist da kommen wieder die Nukes bin gespannt ja schön Support oh Zero Damage Zero Damage ja und oben baut auch wieder gerne so wann es dauert wahrscheinlich nur zwei Sekunden dann kommt hier oben auch wieder ein Plasma ja wobei mit den EMPs ist es natürlich schwierig jetzt hier wieder alles aufzubauen die haben gleich noch Interview ne ja das hat es mich auch schon gekostet was passiert sind noch alle da eine die Synchronisation wurde entdeckt sollen die Details an die Entwickler gesendet werden ich habe auf jeden Fall pausiert Gandalf oh nein Gandalf Gandalf sabotiert was ist los Gandalf bist du noch da ich bin noch da du hast einen Client Error bekommen und dafür sind Ds hingekommen ne jemand ist ein Spieler jemand ist abgestürzt Client Gandalf der Graue mit ID 10 ist out of sync und daraufhin sind Leute abgestürzt so Warno ich glaube es sind alle wieder da ok gut hoffe ich das sind Drame eieieieieieiei ja hätten wir mal die 20 Minuten Grenze gemacht ne und Paul und Paul sagt hier das ist nicht spannend kommt noch der eingebaute Deezing ja aber ich glaube oh ne ich glaube jetzt war es das langsam weil unten wurde natürlich jetzt auch schon Plasma Feuerlaser und Plasma geändert ich glaube damit können die jetzt ultra simpel durchlasern wobei tatsächlich dafür für die Kombi auch die Energie fehlt da fehlt die Energie Gandalf was sagst du nur dazu wie ist die Lage bisher nicht so präckert für die linke Seite zumindest echt ich hätte gedacht für die rechte oh mein Gott die ganze Base wird von den beiden Nukes einfach nach hinten gedrückt mich hätte es jetzt nicht gewundert hätte es die Windturbine erwischt ja ich glaube das war es jetzt wird abgerissen da sind die Rockets da Rockets und Nukes ein Sniper schmutzige Taktik und die Nukes machen Ballett mit den Gunner-Schüssen oh mein Gott und die einfach er dachte ich auch noch nein okay von Bindung wurde sofort unterbrochen da wird sich nicht erlaubt und anzuschließen ich glaube ich will nichts prediken das sieht sehr sehr schwitzig aus oh mein Gott komm mal alles schliegt oben drübe und jetzt kommt der Plasma wahrscheinlich hinterher nein zu wenig Energie let's Gaming die ganze Zeit am Lörgen geil 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 mit dem Gerne rausgenommen das ist frech weißt du man veräumt mit dem Mörse und trifft dann sogar noch was oh ja und das war's das war's das war's das war's oh die Rockets gehen doch lieber einkaufen aber er wird er wird doch bewusst nicht zerstört er wird links rechts dran vorbeigeschossen jetzt aber jetzt aber da werden jetzt die Streben rausgenommen eine eine Streben wird rausgenommen denkt dran Leute es geht um 10 Euro nicht um 1000 ihr könnt auch also 12 Sarah sag mal 12 12 und er wird oh mein Gott geht geht das Finale ist vorbei oh und Wehtuknecht auch verloren ohne Schieb Leute wir müssen noch ein finales Match machen so aufgrund der Inaktivität ist ihr Spiel nicht aufhindenbar alles klar ich bin anscheinend weiß ich jetzt nicht weiß ich jetzt nicht also beim nächsten Turnier müssen wir Mario mit ins Boot holen wen Mario ja älter Bowser achso Moment ich bin gleich wieder da der der mit der Rocket oder mit der Nuke ja gesagt so ok krass so Stream ist heute übrigens 32 zu Ende boah es ist 0 Uhr ich würde sagen dann ich mache jetzt ich mache jetzt kein Dings mehr äh ähm hier 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 forts ha naja ähm wir machen ja morgen wieder äh gemeinsam mit der Community forts ähm ja gut was haben wir wir haben auf jeden Fall einen Gewinner Moment da kommt der Applaus für das Gewinnerteam ich würde mal sagen wir wandern einfach unten rein aber ah ne Quatsch wir wollen zuerst zu den Verlierern gehen wir wollen zuerst die Verlierer ganz kurz interviewen ja GG ähm war es ja leider nicht aber trotzdem stark gespielt was sagt ihr dazu ne man kann schönreden aber das nicht ne das Ding ist halt das erste Game warte das erste Game ich will es aussprechen das erste Game das ist ein Sieg das muss ein Sieg sein wenn es nicht zu einem Sieg geht dann hat man was falsch gemacht und das in ein Turnier wo man eigentlich verbrannt geschlagen und die Leiche dann später verstümmelt werden sollte also ja wir haben den Free Game hingeschmissen erste Runde war Free Game ja ja gut ja sonst keine Ahnung sonst fand ich waren die anderen Games von der Leistung her besser auch sind auch gerecht an dem gegangen aber ja das erste Game ja das letzte mit dem Sieb ja Jux halt ja das Ding ist halt das letzte Game hätte ja auch nicht stattgefunden hätten wir das erste gewonnen aber ja das stimmt aber ist dann halt trotzdem so gelaufen ich fand halt einige Schüsse also ihr ihr hättet ja auch tatsächlich jetzt gewinnen können einige Schüsse sahen sehr knapp aus wie zum Beispiel einmal ein Plasma von Patriots der einfach zwei Millimeter tiefer wahrscheinlich sogar einen Core getroffen hätte das war halt das war halt das war halt doch schon knapp was man sagen muss für den Elegant ich würde mal behaupten da braucht man ein bisschen mehr Luck als Skill weil das Ding ist halt die Base wackelt ja die ganze Zeit weil halt grauhaft Mewks und Swarms draufballern und durch das wackelt entweder es wackelt so dass man am meisten auf die Strebe hittet oder man schießt halt irgendwo hin so ja ich glaube Game Change war das wo die zwei Plasma verloren gegangen sind ich denke auch das ist ja auch öfters passiert tatsächlich gerade bei Patriot die Plasma hast du immer wieder rausgenommen Patriot war hier oben ne das war halt immer wieder sehr ärgerlich na gut aber trotzdem nichtsdestotrotz gut gespielt wollt ihr noch irgendwelche letzten Worte jetzt an Team Hitteknecht aussprechen ja alles außer GG alles außer GG alles außer GG perfekt das Ding ist halt alle Matches das Ding ist halt dass ich das jetzt nicht verstehe ne die gehören nicht ne also alle Matches sind einfach okay warte ich soll es formulieren also alle Matches sind für mich verdient ausgegangen das Epis Match ja war lucky aber wir haben eigentlich am Anfang auch gut Pressure gemacht und das Bette halt gestorben ist bei Nebasso reingegangen ist und dann die Skettaktive den Korver gemacht haben ist halt blöd gelaufen aber sonst hätten wir eigentlich schon gewinnen können wenn er das überlebt hätte also das fand ich war noch fair ausgegangen aber wie gesagt das erste Match ja gut aber Epis habt ihr ja gewonnen gehabt ist ja mit sogar wir haben glaube ich alle gefeiert das war so mega krass wir wussten nicht ob ihr das wusstet mit dem 1% wir wussten nicht ob wir wussten dass du gehört hast dass du den Hammer getroffen hast war halt wild ja sonst würde ich die beiden noch persönlich gratulieren ja ihr wollt den gratulieren oder nicht ja also ich auf jeden Fall ich frag mal wer wird komm dann ich und Patriot ist sogar unten gerade ich zieh sie jetzt mal hoch dann machen wir noch ein finales Gespräch und dann so weiter zack aber zuerst das Interview der Gewinner zack und ihr erstmal raus ich kann mir auch hoffen jetzt so ich kann dich auch raus so ja herzlichen Glückwunsch hier erstmal nochmal einen Applaus für euch ihr hört es nicht aber die Zuschauer hören es schön gespielt wobei man muss halt wirklich sagen letzte Game ein bisschen Fahrt ihr hättet wahrscheinlich schon eher finde ich gewonnen also das Ding ist halt die meiste Zeit hab ich getrollt das letzte Game naja hab ich so ich sag mal so ich hätte mehr expanden können ich wollte nicht na dafür hast du Kunst gemacht das ist mir wichtiger ich bin ein bisschen müde verständlich das sind wir glaube ich ich meine wir haben ja jetzt wie lange ich glaube sechs Stunden oder sowas gegen das Turnier ich bin mir nicht ganz sicher hätte ich nicht gedacht bei sechs Teams wir haben davor auch ähm FPL gespielt achso ja total abgelöst also währenddessen besser gesagt ja währenddessen deswegen wussten wir auch nichts von den Regeln ich war verwirrt vor allem haben wir die ja dann irgendwie nochmal erklärt okay ich glaube nicht alles ähm ja ich hab nie zugehört also auf einmal 20 Minuten Teile bitte was ne die Regelszene tatsächlich jetzt immer gleich mehr oder weniger und dann beim großen Turnier sind die auch ähnlich deswegen aber ich verstehe nicht warum ihr nicht die Mod reingibt und ein 20 Minuten Timelit wegen dem Sudden Death ich hab ja eine etwas kleine andere Regel und zwar wird's bei einem Unentschieden nach 20 Minuten der Core Damage verglichen und falls das auch Unentschieden ist mach ich tatsächlich Sudden Death von demjenigen wo der zuerst Core Schaden bekommt verliert achso und das geht halt nicht weil dann ist halt vorbei verstehe verstehe ich mach halt nicht nach Schaden ja bei einem Game da dachte ich bei dem Abyss Game ja das haben wir sowieso gewonnen da muss ich jetzt nicht großartig was machen hab ich einfach ein bisschen Bass ausgespampeln und wieder mal eine 20 Minuten platziert und auf einmal kommt halt die New es war halt auch absolut das Highlight für mich das Abyss Spiel war das beste Spiel des Tages einfach auch wegen dem 1% ja was halt sehr ärgerlich war weil wir wussten ihr kanntet die Regeln anscheinend auch nicht ihr wusstet nicht dass das Ausstattgeben ist und selbst wenn ich glaube ihr hättet auch nicht gewusst dass er noch voll ist und er wusste tatsächlich auch nicht dass du halt noch 1% ich glaub der Core Damage kam das eine Mal hat die Flak quasi irgendwo hingeschossen hat aber trotzdem die New gerade so noch vom Core rausgeholt und ich glaub da kam der Prozent Core Damage ja wild so kann man halt auch gewinnen ja ja schön auf jeden Fall danke ihr seid die Gewinne ich denk mal ihr schreibt oder geht es wieder ans selbe Konto wie immer ja natürlich dann überweise ich das jetzt gleich und der Bowser für Bowser der ist wichtig dann ziehe ich die anderen nochmal runter die wollen euch glaube ich auch nochmal hoffentlich gratulieren ansonsten muss ich sie schnell wieder ausziehen ja ja gratulieren ja ja ich ziehe es auch runter so ja ciao ach so nein die zwei wollen euch nochmal gratulieren ach so ich dachte ja egal so also ihr wollt uns ja gratulieren dass wir besser waren vor allem im ersten Game ich hoffe das endet positiv mit bin ich mir zu meinem seinen Luck gratulieren im ersten Game das Spiel hat nicht existiert sorry du hast den letzten Game ist mein Spiel abgefacht das soll ich machen ist das nächste ja das ist bei jedem passiert mit so minderwertigen Volk wie mit Domi gebe ich mich normalerweise gar nicht ab da fang ich schon mal an du musst nein die Forzprogrammierer sind doch schuld weil die haben das Spiel so designt dass das die sind nicht gefällt die haben auch so designt dass es die Core Drops random sind also ne ich würde auch passen aber wir haben ja eigentlich direkt pausiert eigentlich auch oder ich meine es war halt blöd wenn es mit dem Brand passiert also die Nuke war irgendwie weg die Nuke war einfach irgendwie weg ich glaube die hat den Gunner rausgenommen oder so aber keine Ahnung hä ja ich habe ja die Nuke gepennt und die wurde nachher zurückgeworfen genau und die war weg ich glaube den Gunner hat sie rausgenommen also ich weiß dass es sogar noch mal vorhanden war schon vorher ich glaube das ist irgendwie ein komischer Bug gerade im Forz aber ja es war der Forz es kann auch an mir liegen weil ich habe bei meinen Files irgendwas geändert und da kann immer was passieren aber ich ja ich ich habe das heute versucht zu fixen nee gestern schon versucht zu fixen ich glaube es ist nicht mehr ich kann Ranked spielen ohne dass ich rausfliege einfach aber es war genau der Zustand wie wenn die EMP halt die 7-0 zurückwirft also das meine das ist schon ja also das ja das kann auch gut sein vielleicht macht die Ascamotte irgendwas also ihr habt es gut gespielt sage ich nur so auf ja also auf kevins glaube ich genau da haben wir verloren gehabt oder auf kevins nee da habt ihr gewonnen ja genau das habe ich genau da dachte ich mir auf jeden Fall wir verlieren aber das war halt auch ein bisschen das war teilweise halt immer ein hin und her tatsächlich manchmal dachte man okay jetzt hat das eine Team verloren und dann wurde halt doch wieder aufgebaut und dann kam ein Lucky Shot wieder oder ein verdienter Shot wie dem auch immer und dann wurde das komplette Blatt gewendet einfach das kam halt mehrmals vor und nicht nur bei euch ich sehe es als verdienten Shot just saying nein also ich doch doch das war absolut verdient wir ja wir haben oben gerne gehabt ja kannst du auch so erzähle ich dir gleich Let's Gaming erzähle ich dir gleich so ja gut dann bringen wir das Ganze mal zum Ende dann bedanke ich mich nochmal an alle auch an euch für dieses großartige Turnier in zwei Wochen dann wieder aber dann machst du wieder ein 1v1 jawohl 1v1 nachher wieder ein komplette WTF Team mit rein ja das lässt sich wahrscheinlich nicht verweiden Ports wie steht denn aus WTF jetzt ist die Chance Werbung zu machen für das große 2 vs. 2 Turnier ja dann kommt mach nochmal ganz kurz Werbung du meinst das für die Coop Turnier das ne ich meinte von Zera das größere achso ja 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 jetzt komm mach Werbung los Zera schnell Zera schnell Turnier ich 2v2 groß Preisgeld riesig überdimensional ganz viel Fett ne ähm ich mach am 14 am 14. April ein großes 2v2 Turnier äh was Gondel 15. oder 15 hab ich 14 gesagt sorry am 15. April ein großes 2v2 Turnier in Forts ähm mit einem schönen Preisgeld 100 Euro insgesamt für die Top 3 aufgeteilt und mit Pokal für die zwei Gewinner der halt auch beide zusammen Wert von wahrscheinlich 300 oder ein bisschen mehr Euro haben von daher lohnt sich ich glaube tatsächlich registrat registrations ja gut die herstellungskosten waren halt so teuer ich weiß nicht ob man da einen Abnehmer für findet der nichts mit Forts zu tun hat aber ja da kannst vielleicht zurück ich weiß das so ihr könnt schon mal einen Platz für mich reservieren ich bin dabei ja am 1. April startet auf jeden Fall die Registrationsphase äh ich glaube es ist jetzt schon randvoll das Turnier aber im Endeffekt ist halt der der wieder ab dann schneller ist mit registrieren vielleicht mal gucken vielleicht machen wir auch wenn ihr bis 3 Uhr nachts spielen wollt machen wir vielleicht sogar 10 Teams keine Ahnung kann man auch so ein bisschen Geld hin und her schieben und sagen ja ja ich bin safe dabei also da ich halte mich da raus das ist ein paar Euro weniger überweist lass mich raten das Geld kommt aus dem WTF Konto ne von dein Turnier von dein Turnier jetzt wird für Pause für Pause Geld verwendet um andere zu bestechen ja natürlich instant disqualifiziert also ich wusste dass mein Tima dein Knecht ist aber das wusste ich nicht nicht äh doch das hab ich ja wie denkst du sind wie denkst du sind wir dann in die FBL gekommen du bestich mich mal lieber dass ich den reinhau das wäre mal na na kurze Frage hat am Mittwoch jemand Bock auf Coaching 18 Uhr Pause oder so ne alles nein obwohl Mittwoch Mittwoch hab ich keine Zeit vom Montag wo das Donnerstag gibt's für mich kein Spielen sonst kann ich immer ja also kannst nie wolltest du sagen ja 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 ich spiele dann nur mit mir dann vielleicht Bonvo oder so ja Bonvo vor allem Herr Zerrer haben sie eine Einladung in den WTF schon bekommen ach du ich mach ne ZR hey hey nein nein ich schick mal fix ne Einladung rüber das Discord meinst du jo achso nachher kannst du da Leute anschreiben weil da die Kameratür immer annehmen ja gut was dummik kann an die Tage mich spielen wo es mit Tag aufhört und Mittwoch ja das stimmt da gebe ich recht na gut dann benden wir das hier ich bedanke mich nochmal an alle und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag ich überweise das jetzt noch schnell dann bitte ich wieder um eine Bestätigung und nicht über Psycho sondern über irgendeine kleine Frage ja willkommen ich einen halben Töner na nee du bist so ein Scheißschnurrer ein Töner habe ich letztens gegessen bitte gib mir einen halben Töner bitte einen halben Töner ach Bruder ich bring sie rüber ins Zimmer das reicht vielleicht als bester Spieler des Turniers ist ja möglich was für beste Spieler ich habe es eindeutig am besten gespielt also bitte da fühle ich mich höchst vernachlässigt glaube ich muss seine Familie ernähren was genau meinst du Depp-Cycle so okay dann würde ich jetzt noch ein Afterbriefing mit Paul und Ganov machen ich move euch jetzt einfach mal raus falls ihr nicht freiwillig geht dann tschüss tschau 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 schönen Abend okay so rausmufen alle rausmufen okay gut zwei sind nicht freiwillig gegangen perfekt so ja wie fandet ihr es? es war auf jeden Fall ein geiler Match mit Strategien wo ich nicht wusste dass sie existieren hier zum Beispiel diesen diese Mini-Gunner diese Abgegradeten der Visa Accelerator auf jeden Fall mein Highlight was die Technik angehen definitiv muss ich mal probieren wo bei dir Gandalf? das ganze Turnier war ein Highlight oh der Schleimer wieder weißt du veranstalter alle Teilnehmer alle Zuschauer ich werde aber gerade rot Paul das müssen wir wirken lassen sehr schön ja cool dann weiß ich nicht in zwei Wochen das nächste kleine Mini-Turnier 1v1 wieder 10 Euro dann aber für eine einzelne Person da ist ein bisschen mehr Geld dann per person dabei cool habt ihr noch abschließende Worte? bleibt trocken schwierig bleibt trocken verlauft euch nicht ganz wichtig und frohes Ballern auf die Forst auf die Forst auf die Forst auf die Forst